Wie einige von euch ja bereits zu wissen, bin ich Hardcore-Panzer-General-Fan, habe das mit Sicherheit 80, 90 Mal durchgespielt, auch mit den Kampagnen, die man nachher quasi gemoddet runterladen konnte. Bin auch Panzer-Core-Fan, das habe ich richtig gefeiert, als das kam, da war ich auch Beta-Tester. Und Panzer-Core 2 finde ich auch genial. Vor allem mit den DLCs für die einzelnen Jahre, dadurch wird das Game richtig, richtig fett. Und heute, das feiere ich so richtig, zocken wir Axis Operations 1946. Und das ist aus verschiedenen Gründen wirklich eine geile Sache, denn wir haben hier halt nicht nur, ja wie soll ich sagen, reale Einheiten, die es im Zweiten Weltkrieg wirklich gab, sondern wir haben auch Paper-Tanks. Also es gibt hier die E-Fahrzeuge, E-75, E-100, E-50. Das sind Panzer, die designt worden sind und die schon konzeptioniert worden sind. Und die sollten im Endeffekt den Ressourcenverbrauch minimieren, Teile vereinheitlichen, die Produktion verbessern. Und insgesamt sollten sie einfach besser werden. Und man kann sich das so vorstellen, dass der E-75 eine Weiterentwicklung des Königstigers ist, also des Tiger 2. Der E-50 ist eine Weiterentwicklung des Panther. Und der E-100 ist im Endeffekt das etwas leichtere, mobilere Gegenstück zur Maus. Also so ein super schwerer Panzer. Naja, aber es gibt noch viele andere coole Einheiten in diesem Spiel. Auch Düsenjäger oder Düsenbomber, die es entweder zumindest in der Designphase gab oder wo es schon Prototypen gab. Hier ist echt geiler Scheiß drin. Und das Szenario ist natürlich auch fett. Wir greifen die USA an. Allerdings haben wir im Atlantik keine nennenswerte Flotte, können also nicht selbst über den Atlantik kommen. Wir arbeiten aber mit den Japanern zusammen. Und die Japaner plus unsere von den Briten erbeutete Pazifikflotte. Wir stoßen jetzt an die Pazifikküste der USA vor und kämpfen dort. Als erstes, als erste Mission, haben wir aber quasi eine Reise nach Japan und eine Besprechung. Hier erklärt euch das Spiel dann im Endeffekt, ja, die Lage. Was ist zu erwarten? Was sind die Pläne? Wie geht man vor? Etc. Und, ja, wir stellen uns jetzt erstmal unseren General zusammen. Gehen aber lieber hier drauf. So. Perfekt. Das passt. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal in Japan. Hier sind die ganzen Besprechungen. Da gehen wir jetzt einfach drüber hinweg. Und starten die erste richtige Karte und zocken. Dazu importiere ich aber gleich meine Armee aus der 1945er DLC Kampagne. So, los geht's. Wir starten einen Ablenkungsangriff mit dem Ziel Vancouver, also sprich Kanada. Und haben da als Unterstützung großen japanischen Träger und ein paar kleinere Seeeinheiten. Wir haben japanische Flieger, aber wir haben keine eigenen Flieger. Und, ähm, ein Teil der Landungsboote transportiert Panzerattrappen. Wir können nur für 63 Punkte Einheiten aufstellen. Und da wir keine eigenen Flieger aufstellen können, habe ich zwei richtig schwere Flak-Einheiten mitgenommen. Ich habe die Einheiten schon mal positioniert. Ich zeige euch mal, was ich mitgenommen habe. Also, ich habe Gebirgsjäger dabei. Ich habe Panzergrenadiere dabei. Ich habe Pioniere dabei und Volksgrenadiere. Ich habe eine echte Panzer-Einheit. Eine E-50-Einheit, also schon ziemlich geil. Das sind die Attrappen. Ich habe eine Aufklärer-Einheit, damit wir ein bisschen was sehen. Hier sind leider auch wieder Attrappen. Attrappen. Und als Artillerie habe ich zwei Panzerwerfer. Und hier zwei richtig schnucklige Flak-Einheiten. Einmal eine 12,8 cm Flak und eine 8,8 cm Flak. Und die werden mir dann hoffentlich den benötigten Luftschutz geben, den ich brauche. Aufstellungsphase ist abgeschlossen. Wir starten jetzt. Und schauen mal, was der Gegner so in petto hat. Beziehungsweise, erstmal müssen wir landen. Das machen wir jetzt auch direkt. Wir kommen da direkt schon an Gegner ran. Unsere Attrappen können wir aber hier oben anlanden. Und hier wollen wir erstmal mit unserer Infanterie ran. Perfekt, die kann in den Wald. Da hat sie noch gut Deckung. Wenn ihr euch wundert, warum die beiden Einheiten eine 25er Stärke haben. Ich habe sie per Upgrade aufgestockt. Und sie haben jeweils einen Helden. Die Fähigkeit nennt sich, glaube ich, gebündelte Stärke oder so ähnlich. Dadurch kann man die Einheiten stärker aufpowern. Mit Manpower sozusagen. Und dementsprechend macht man sie dann natürlich auch effektiver und gefährlicher. So, wir geben hier mal Kniegas. Und unsere Mission ist ja, hier alle Dörfer zu erobern, die Stadt zu erobern und dann nach Vancouver rüber. Deswegen werde ich mal schauen, dass ich einen Teil meiner Einheiten in den Landungsbooten lasse und quasi per Wasserweg vorwärts bewege, in der Hoffnung, damit dann auch dem Gegner in den Rücken fallen zu können. Den positionieren wir mal noch hier. Da seht ihr übrigens auch eines der neuen E-Fahrzeuge, ein E10, ein Panzerjäger. Sehr schnuckeliges Teil, also wirklich nice. Und die Modelle sind auch echt schön gemacht. Also ich bin auch Modellbauer und ich muss zugeben, das hier sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Ja, was soll ich sagen, das ist halt Panzer Corps 2, das ist einfach geil. Okay. Der Gegner war nicht sonderlich effektiv, das heißt, wir nehmen ihm jetzt erstmal die Ari ab. Gehen dann hier rein zum Blocken. Ich würde sagen, wir gehen hier hin, damit die Infanterie den Zielbonus kriegt. Ja. Da haben wir die Flak, die müssen wir auf jeden Fall anlanden, bevor US-Flieger kommen. Und die will ich auch so haben, dass sie wirklich Schutz bietet. Hier haben wir die andere Flak, die wollen wir auch einsetzen. So, ich würde sagen, das ist gut. Hier gehen wir auf jeden Fall nach vorne. Und hier nehmen wir schon mal die Panzertrappen, um dem Gegner vorzuspielen, dass wir da sind. Soll er ruhig die erstmal bombardieren, angreifen, was auch immer. Damit sind dann unsere Einheiten geschützt. Jetzt ist die Frage, greifen wir an? Ja, wir greifen auf jeden Fall an. Sehr nice. Wir holen den runter als Zielhilfe und um einzukesseln. Ja. Ganz klare Kiste. Sehr schön. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, das sind absolute Elite-Truppen. Die Einheiten sind von 1939 an bis 1946 in ständigen Kampfhandlungen gewesen. Die sind bestens ausgerüstet. Die haben beste Helden. Ich demonstriere euch das mal hier an der Garde du Corps Einheit. Die Helden. Ich habe hier einen Helden der Infanterie-Klasse. Der gibt mehr Inni, der gibt mehr Geschwindigkeit und höhere Präzision. Dann gebündelte Stärke. Dadurch kann man die Einheit halt stärker aufrüsten. Und erbitterter Kämpfer. Plus eins Angriff pro angrenzende Einheit. Also das ist einfach schon richtig cool. Und die andere Einheit, die Varega-Garde, ebenfalls ein Infanterie-Held, aber mit anderen Werten. Ebenfalls gebündelte Stärke. Und hier beharrlicher Verteidiger. Plus eins Verteidigung pro angrenzende feindliche Einheit. Also das ist schon sehr, sehr fett. Und der E-50, die Panzerlehrdivision, ist auch richtig cool. Der Anführer gibt plus eins Inni für alle angrenzenden verbündeten Einheiten. Aggressiver Gegenangriff. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, plus drei Angriff bei der Verteidigung. Und Eigendynamik ist in meinen Augen einer der stärksten Helden im Spiel. Denn mit jeder Einheit, die man mit diesem Panzer oder mit dieser Einheit killt, bekommt man plus eins Angriff. Und Panzer haben ja die Fähigkeit überrennen. Das heißt, wenn ihr einen Gegner gekillt habt, könnt ihr direkt nochmal angreifen und zwar ein anderes Ziel. Und wenn ihr dann in einer Runde mehrere runtergeschossene Gegner wegputzt, steigert ihr immer höher euren Angriffswert. Und irgendwann ist das quasi der absolute Killer. Also das ist wirklich ein super starker Held. Ja, aber nichtsdestotrotz, das war schon mal eine sehr erfolgreiche Runde für uns. Das habe ich befürchtet. US-Flieger. Deswegen habe ich auch Flak am Start. Die Japaner kommen aber auch an, aber ihr seht, obwohl die zu dritt kommen, hat der es überlebt. Falls ihr euch wundert, warum die jetzt alle gleichzeitig gezogen haben, ihr könnt hier oben einstellen, ob der schnelle KI-Zug an sein soll oder nicht. Wenn ihr das auslasst, dann ist das ganz klassisch. Dann zieht immer nur eine Einheit, kämpft und dann zieht die nächste. Dann dauert das natürlich entsprechend lang, bis man halt, ja, wie soll ich sagen, bis man da halt mal irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Aber, wenn man das so macht, dass man den schnellen KI-Zug aktiviert, dann wird es auf jeden Fall deutlich flotter. Okay. Ich gehe jetzt erst mal nachrücken. Das schaut soweit alles schon mal gut aus. Kommen wir da lang? Ja, da sind keine Minen. Okay. Da kommt der nächste, oder kommen ganz viele Flieger. Gut, dass ich die Flaks am Start habe. Die werden gleich reiche Ernte halten. Hier unten geht gerade auch richtig die Pommes ab. Die US-Flotte ist nämlich gerade angekommen. Und die Japaner sind da schon in harten Kämpfen. Plus, man achte mal auf die Anzahl an US-Fliegern. Also hier muss auf jeden Fall einiges an Navy-Einheiten sein und an Flugzeugträger-Einheiten. Wir ziehen mal weiter vor mit den Attrappen. Ich will die ja immer noch quasi als Lockmittel für, wie heißt das, also für feindliche Luftangriffe. Das ist gut. Okay, da brauche ich auch keine Ari. Wir bewegen uns bis da, weil dann können wir die Flak auspacken. Und dann haben wir Schutz durch die Flak. Bis wo reicht der? Bis da. Okay. Wir gehen entsprechend vor. Das ist mir auch wirklich wichtig, weil ich möchte möglichst geringe Verluste durch Luftangriffe. Und daher die Vorgehensweise, auch wenn die ein bisschen umständlich wirkt. Da haben wir ein japanisches U-Boot. Das ist gut. Der scoutet für uns. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Runde. Ja, und hier geht jetzt richtig die Pommes ab. Hier kommen jetzt auch US-Schlachtschiffe. Iowa-Class. Ich habe so die arge Befürchtung, der Flugzeugträger wird es nicht lange machen. Also hier geht wirklich die Pommes ab. Jetzt kommen auch Bodenfahrzeuge. Das heißt, wir müssen mal unsere Attrappen aus dem Weg räumen, damit wir hier Platz haben. Und müssen hier einfach mal ernst machen. So, unser Panzerwerfer gibt mal der Artillerie, was sie braucht. Die Panzereinheit steht im Wald. Das ist natürlich für uns mega günstig, weil auf die Art und Weise können wir, ja, da machen wir das doch so. Wir schalten erst mit unserem Panzer die Artillerie aus. Das meinte ich. Jetzt haben wir nämlich die Überrollensituation. Und jetzt kann ich hier direkt nochmal angreifen. Ich hätte die Infanterie später ziehen sollen. Aber naja gut, passiert ist passiert. Aber wir kommen ja hier mit den Volksgrenadieren noch ran. Bringen uns hier schon mal in Position. Na ja, das reicht leider nicht ganz. Die Flak bringen wir in Position. Und die. Ja, dann können wir den auffrischen. Hier gehen wir mit dem Schiffchen weiter. Okay. So weit, so gut. Okay, die beiden schweren Flaks haben wir gerade den Arsch gerettet. Denn das war eine B29 mit einer Atombombe. Also, kleiner Tipp. Nehmt unbedingt schwere Flaks mit. Und ihr solltet dann auch den Skill haben, Flugabwehr-Veteranen, dass ihr wirklich die Gegner runterschießen könnt. Denn unterdrücken reicht da leider nicht. Wir haben auf jeden Fall den Atombombenangriff vermieden. Das schon mal Gold wert. Hier können wir jetzt auch direkt reinholzen. Und da ist feindliche Artillerie. Artillerie. Da komme ich nicht dran. Aber das macht nichts. Das ist nur Unterdrückungsschaden. So, die feindliche Ari kriegt jetzt aber, was sie braucht. Sie hat sie überlebt. Aber das wird der E50 jetzt richten. Wir ziehen wieder die Flak nach, weil wo ein Atombomber ist, da wird es mit Sicherheit auch noch einen zweiten geben. Und ich möchte keine Atombombe auf den Kopf bekommen. Also gehen wir hier wirklich Hackengas. Also ich würde sagen, bisher läuft das wirklich ausgezeichnet. Wir sind in Runde 6 von 16. Und wir sind kurz vor dem letzten Dorf, vor Viktoria. Wir müssen auf jeden Fall pressen. Bei der Flotte sieht es leider nicht so gut aus. Aufgrund der starken Luftüberlegenheit sind die japanischen Flieger ziemlich gekniffen. Und die Schlachtschiffe heizen den Träger ein. Es gibt auch kaum noch japanische Überwasserschiffe. Ja. Sehr ungünstig. Also wir werden gleich den Träger verlieren. Hier wollen sie uns jetzt aufhalten mit Panzerfahrzeugen. Allerdings ist das ein Geschenk. Die Grannys mit dem hohen Panzerabwehrwert treffen jetzt auf diesen Panzerjäger im Wald. Und das ist, ja, easy cheesy. Ich würde ganz gerne... Naja, machen wir es so. Sehr schön. Und er kann sich doch... Ja, perfekt. Aus erhöhter Stellung. Im Wald. Genauso wollen wir das. Mich wundert es ein bisschen, dass wir noch keinen weiteren Atombomber gesichtet haben. Also ich finde es gut. Aber es wundert mich halt trotzdem ein bisschen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich mich bemühen, die Flaks so gut es geht nachzuziehen. Und ansonsten geben wir hier halt richtig Gas, weil wir möglichst schnell ans Ziel kommen wollen. Joa... Perfekt. Das war auch eine sehr gute Runde. Ja, die Schlachtschiffe gehen immer näher heran, schalten die letzten japanischen Überwassereinheiten aus. Harte Kämpfe, definitiv. Wir sind in Runde 8 von 16. Ich will auf jeden Fall Viktoria einnehmen. Aber wir wollen auch vorsichtig sein. Das heißt, wir benutzen den Scout. Und das Schöne am Scout ist, wir haben etappenweise Bewegung. Und die nutzen wir. Das ist ein T26. Ich stelle einfach mal den E50 davor. Wir ziehen die Flaks nach. Also ich glaube, die Amis hatten tatsächlich nur einen Atombomber. Denn ansonsten hätte ein zweiter Atombomber jetzt einfach schon... Ja, der hätte einfach schon zum Zuge kommen müssen. Ihr seht schon, die andere Küste ist komplett vermint. Aber wir können auf das Schlugfeld. Und das werden wir mit den beiden Einheiten machen. Wir werden von da kommen. Gucken wir mal, was hier unten passiert. Die japanischen Flieger verteidigen sich heldenhaft. Aber es sind einfach zu wenige. Ja, die japanischen Schiffe geben auch den Geist auf. Das heißt, wir müssen hier definitiv weiter Druck aufbauen. Und das machen wir doch am besten, indem wir angreifen. Da ist Artillerie. Das ist jetzt nicht so schön. Das wäre nur Unterdrückungsschaden. Na, ich riskiere es mal. Der war gut. Na, guck an. Hier würde die Artilleriedeckungsfeuer geben und die Infanterieeinheit. Wir würden drei Stärkepunkte verlieren, aber wir können den Panzer ausschalten. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Den Kollegen nocken wir aus. Und damit bringen wir uns quasi in Position, um nächste Runde ernsthaft mitzuspielen. Soweit ganz gut, würde ich sagen. Vor allem sind unsere ARRI-Einheiten jetzt auch im Bereich und können wirken. Und. Ach, hier ist auch ein Minenfeld. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ja entzückend. Verzögert dadurch wieder um eine Runde. So, hier ziehen wir die nächste ARRI ran. Die hat gleichzeitig dann noch den Auftrag, Deckungsfeuer zu geben für die Infanterie, wenn die angegriffen wird. Wir schalten die ARRI aus. Wir schalten die Infanterie aus. Ja, wird blutig, aber wir machen es so. Wir verteilen unsere Flak. Und erobern auch direkt noch den Hafen. Und können dann direkt schon mal das Flugfeld beschießen. Ja, das ist gut gelaufen. Nächste Runde können wir mit der ARRI der Infanterie einheizen und haben dann weniger Verluste. Und den können wir, glaube ich, direkt verschiffen. Ja, der Flugzeugträger ist quasi nahezu Dote. Ab ins Schiff. Und hier rücken wir rein. Ach. Okay, das hat sich mal gelohnt. Also, ihr seht, es macht auf jeden Fall Sinn, die Elite-Ziele zu erreichen. Es gibt echt, also sehr nice. Vor allem, wir haben eine V2-Atomrakete bekommen. Wir haben einen neuen Helden bekommen, einen einzigartigen. Und wir haben japanische Infanterie. Wie geil ist das denn? Das muss ich mir mal angucken. Ja. Das Game ist gecrashed. Okay, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. So, ich habe es nochmal neu geladen. Es scheint tatsächlich so zu sein, wenn ich jetzt in der Mission auf den Kaufen-Bildschirm gehe, dass es jedes Mal crasht. Ist nicht weiter Bild, weil wir können ja sowieso keine Einheiten kaufen, weil wir halt maximale Stärke schon erreicht haben. Aber ich war natürlich neugierig. Ich wollte mir mal die Einheiten angucken. Wir haben jetzt auch nur noch fünf Runden, um Vancouver zu erobern. Das wird also eine knappe Nummer. Aber wir probieren dann natürlich alles. Ich wollte eigentlich auch erst den Flughafen erobern, aber das schenke ich mir. Ich werde direkt auf Vancouver losgehen. Und der Flugzeugträger und sein letzter Stärkepunkt. Erstaunlich, dass sie ihn noch nicht versenkt haben. So, und ich stelle gerade fest, ich habe hier nur Gebirgsjäger. Das ist natürlich ein bisschen mau. So, rüber mit der Ari. Und auch mit denen rüber. Und wir brauchen starke Infanterie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch hinbekommen in einer Zeit, aber wir werden es versuchen. Okay. Also jetzt kommt die Nachbesprechung. Lest es euch in Ruhe durch. Und der Flugzeugträger, den hat es zerrissen. Und damit ist quasi die Mission auch für uns zu Ende. Also wir hätten theoretisch noch fünf Runden gehabt. Aber mit Verlust der Akagi ist das Thema durch. Also umso wichtiger, dass man richtig Gas gibt, um Viktoria zu erobern. Denn diese Heldin ist ja was ganz Besonderes. Also diese Klassenhelden, die haben halt vier oder fünf Attribute, die sich steigern. Und daher sind die super wichtig. Das war die erste Mission aus dem neuen Panzerkorps 2 DLC 1946. Also Axis Operations 1946. Ich denke mal, der Crash, der gerade kam, der ist auch nicht weiter schlimm. Denn ich spiele das Ganze jetzt vor Release. Das ist also noch eine Vorab-Version. Das ist noch nicht die finale Release-Version. Und ich habe natürlich den Crash-Report gesendet. Das heißt, die Entwickler werden sich des Fehlers annehmen und werden das noch fixen. Ich denke mal, wenn ihr dann die finale Version in den Händen habt, könnt ihr ohne Probleme da auf den Kaufbildschirm gehen und euch die Einheiten angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der nächsten Episode. Wir gehen die Kampagne komplett durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Ich würde mich auch sehr über ein Like freuen. Und mit einem Abo würdet ihr den Kanal natürlich richtig nach vorne bringen. Also haut in die Tasten. So, ich verlinke euch jetzt gleich noch ein Video und eine Playlist. Schaut da mal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.